Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Jawohl, wir sind hier wieder auf der Ranch und heute wird Geld kassiert. Ich schicke nämlich die Kühe zum Händler. Und zwar wird erstmal das Ding abgestellt. Dann wird das Ding abgestellt. Und dann brauche ich meinen Trailer. Sag mal, wirst du mal vorwärts fahren? Das Ding abstellen? Genau. Hallo? Das war jetzt aber nicht nett. So, jetzt. Sag mal, fährst du wohl rückwärts, wenn ich dir sage, du sollst rückwärts fahren? So, jetzt fährt er rückwärts. Und wieder vorwärts. Ich kann's. So. So. Halt, die alten Kühe waren hier drüben, wa? Ja. Tiermenü. Ja. Ja. Ja, Tiermenü. Genau. Was haben wir denn hier an Tiere? Reproduktion 70%, 80%, 0 Monate, 27 Monate. Das sind die alten. So, alle sieben Stück in den Anhänger einladen. Ja. Okay. So. Die haben 0,24... Warum kostet die eigentlich auch 1.500 schon? Ach so, die sind 25 Monate. Ja, 80%. Die verkaufen als nächstes. So. Ihr seid drinnen? Gut. Freut euch. Es gibt eine Reise. Stopp. Und zwar, Johnny, fahr du die mal bitte zum Viehmarkt. Tschüss. Was ist los, Johnny? Was ist los? Warum fährt der jetzt nicht? Guck mal. Du fährst hier, folgst diesen Weg hier, zum Viehmarkt-Tierhandel. Das ist dieser Weg hier rüber. Genau. Ja, richtig. Gut. Es wird wärmer. Jawoll. Du bist auf dem richtigen Weg. Rufe ich an, wenn du fertig bist. Ich möchte jetzt nämlich mal nach meinem zweiten Johnny gucken. Nach dem hier. Okay. Du säest weiter fröhlich aus, mein Getreide. Ah, ein ganzes Getreidefeld. Guckt euch das an. Da ist es. Haha. Genau, jetzt habe ich die hier, das hier. Und das hier wird für das Tierfutter sorgen. Da wird hoffentlich genug Stroh rausfallen. Dann könnte ich eigentlich nach der Ernte hier, genau, das war ja nur wegen dem Geld, Gras draufschmeißen und für Heu sorgen, für eigenes Heu. Dann habe ich nämlich Stroh, Heu, Silage habe ich sowieso. Das wäre eine Idee. Du wirst noch eine Weile brauchen, Johnny, wa? Dann werde ich mal nach Fremdaufträgen gucken. Kartoffeln. Ah, da brauche ich die Fraktoren. Ja, wobei, ich brauche nur einen Trecker, der die Anlage zieht. Weil das zweite, das Abladen kann ich ja mit dem LKW machen. Wäre eine Idee. Wie groß ist ein Feld? 37. Ach, das ist da unten. Jo. Die 5000 Euro nehme ich mit. Und zwar, sobald Johnny hier ist. So. Verkaufen. Die wurden verkauft. Guck mal hier, 1550. Okay. Ja, weil, jetzt kriege ich meine Kühe ja umsonst. Aber ansonsten kaufe ich sie für 200 und verkaufe sie für 1500. Das geht eigentlich. Da mache ich Geld mit. Ach so. So. Und jetzt habe ich mir gesagt, sagen lassen, du fährst wieder zurück nach Hause. Gut. Kommst du hiermit nicht klar? Warte mal, Johnny. Pass mal auf, dann machen wir dir hier mal ein kleines Vorgewende auf der Seite. Dann hast du es vielleicht einfacher, hier zu wenden. Warte mal auf, dann machen wir die nächste Runde. So. Und. Nächste Runde. Und jetzt V. Oh, ich habe das Stück, ich habe zu früh angehoben, war. Ja. Das muss ich gleich noch korrigieren. So, Johnny. Das sollte dir jetzt zum Wenden ausreichen. Und ich gucke jetzt mal. Ja, Tatsache. Ich habe da Stücke zu früh angehoben. So. Alle klar, Johnny. So. Oh, warte mal. Ist der andere, ist der andere schon da? Mach mal Havi, hab Spaß. Weil der Trecker hat mehr Leistung, wa? Da muss der nämlich die Kartoffelmaschine ziehen. Genau, du bist da. Wunderbar. So. Du stellst mal den Anhänger hier wieder ab. Und jetzt nimmst du schon mal die Walze mit rüber. Wir müssen ja im Nachhinein walzen. So. So, Johnny. Komm mal runter von dem Trecker. So. So. Und. Havi, hab Spaß. Alles klar? Gut. Helfer wird durch ein Objekt blockieren. Apropos blockiert. Hör mal, Johnny. Äh, nee. Hör mal auf. Du wirst jetzt mal hier hinten auf der Seite anfangen. Damit du nachher nicht plötzlich wieder das Feld wechselst. Und hier, ähm. Mein Nachbarfeld kaputt machst. Du wirst jetzt nämlich von aus nach innen arbeiten und dann hier aufhören. Hörst du das, Johnny? Nicht, dass du hier jetzt anfängst. Dann trete ich dich. Aber sowas von. Ah. So. Jetzt bin ich gespannt. Du Held vom Erdbeerfeld hier. Genau. Jetzt wendest du. Braver Junge. Oh, er kann es. Er kann es. Gut. So. Und du wirst jetzt... Sekunde mal. Muss mal gucken, wo... Wo ist ich hin? Darüber muss ich. So. Alles klar. Das ist klar. Das ist klar. Oh, warte mal. Ich brauche diesen Krautschläger da, wa? So. Alles klar. Und jetzt hätte ich gerne den Fremdauftrag ernten. 5000 Euro. Äh, Vertrag abzut. Akzeptieren. Feld 37. Da unten. Hinter dem Turm. Ja, dann fahre ich hier wieder auf den Bogen rüber. Alles klar. So, hier können wir schon rein. Ah. Säuremhörse und Sonnenblumen haben die angemaut. Ich wette, die lassen es wieder verdorren. Ich kenne ja unsere Freunde. Oh, 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 oh. Ah, siehst du, hier muss nämlich noch Kraut-Dingst werden. Pass mal auf. Stell dir mal hier ab. Davon habe ich nämlich nichts gesagt. Und ich glaube, das gab auch im Angebot keine Krautschläger. Sollte nur die Erntemaschine. Ach, der war wahrscheinlich im Vollernter. Wie, ich habe keinen Zugang zu diesem Land? Natürlich habe ich. Oh Mann, der kriegt ja hier kaum Ernte runter, wenn hier alle mit Unkraut zugesifft ist. Oh Mann, ich bin mal gespannt, wie ich das hier mit der großen Erntemaschine kriegen soll, hier die Ecke. Da muss ich ja von hier anfahren bis hier. Hier hat der Treckerplatz. Treckerplatz und dann streifenweise wieder rückwärts fahren. Wäre ich wahrscheinlich doch von Hand machen müssen. So. Dann werde ich jetzt hier eine Vorgewende fahren. Havi, habe Spaß. Gut. Und du? Du kommst voran, wa? Alles klar. Und du? Wirst auch zu Feld Zieh, zieh, zieh. Feld 37 fahren müssen. So, wir müssen ja die Kartoffeln dann irgendwann wegbringen. Was ist für ein Ausrufezeichen da? Ach so, das ist das Ziel. Ja, ja, Fastfood-Restaurant. Da müssen wir die Kartoffeln abliefern. Alles klar. Bin ich mit einverstanden. Aber auch nur, wenn ich dann Pommes kriege. So. Und hinter den Sonnenblumen Links. Oh, der übersteuert diesmal nicht. Hier vorsichtig rein. Oh. Alles klar. Alles klar. So, Johnny. Du machst Kartoffelzirkus? Reicht doch eigentlich, wa? Na ja, gut. Mit dem langen Trailer, da wird der... Der wird eine ganz schöne Strecke brauchen. Äh, ich kann ja gar kein Vorgewende machen. Das ist ja hier nur Kartoffelernte. Ja, gut. Hat sich erledigt. Hab, ihr habt Spaß? So. Weil das hier ist ja nur das Vorgewende für den Krautschläger. Für den Kartoffelernter muss ich ja dann, ähm... Ein eigenes Vorgewende machen mit dem Kartoffelernter. Haha. Gut. Ah, und das ist alles für 5000. Ich hoffe, dass ich dort Kartoffeln abkriege. Weil für 5000 ist das hier, äh, echt zu viel Arbeit. Ich hoffe, dass ich da Kartoffeln kriege. Die sind mir wichtiger. Oh, und hier ist Johnny fertig. Perfekt. Ich freue mich. Dann können wir gleich mal gucken, was du machen kannst. Nicht. Nee. Höchstens Spritzen, aber das müsste ich mir ausleihen. Und dann bin ich schon wieder 1000er los. 4000. Pflügen. Feld 54. Ich denke mal, äh... Du wirst hier die Walze machen. Ja. Und... Danach kümmere ich mich dann um die Kartoffeln. So. Ding. Fertig. Danke. Ja, du hast die Arbeit erfolgreich beendet. Du bist ein guter Landwirt. Genau. Und hast sogar mal das richtige Feld getroffen. Stolz auf dich. So. Gut. Und jetzt werden wir hier einmal... Walzen. So. Dann lass uns Walzer tanzen. Ach, du musst ich auch vor Gewände fahren. Und stopp. V... Sag mal. So. Wie viel Vorgewände brauchst du, Johnny? Mal, dann fährst du jetzt dahinter. Und dann machen wir hinten noch ein Vorgewände. Und dann kannst du auf die lange Bahn gehen. Gut. Einmal hier in Vorgewände, dass du nicht im Feld wechseln kannst. Und dann machen wir die Vorgewände hin. Und bis dahin würde ich sagen, jetzt machen wir nämlich die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Kommentare. Macht's gut und genießt den Tag. See you later.